ja genau aber lass mal dann noch eine runde smash zacken auf den hot boat server ja können wir machen klar um why we're not können wir machen heute pvp tag sowieso gesagt dass ich heute abend wieder komme die anderen aufnahmen haben wir noch ja da haben wir auf jeden fall noch genug hoffentlich bis nächste woche aber ja siehst du ich glaube ich auch noch eine woche habe ich auf jeden fall noch und zwei wochen glaube ich habe ich wachsen sogar noch ja da haben wir auch extrem viel gemacht aber wir ja wieder ein tag muss wachs gemacht haben das lohnt sich auf jeden fall wir können ja auch wenn black lange lust hat hier dominik dass er smash mit sagt und die anderen auch klar wenn sie wollen weil zu mehr leuten natürlich das andere war viel besser da kam ich weiter ja das blöde ist wenn du nicht in der mitte durch gehst dann komme ich nicht durch die baum ist da am anfang nein 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 komm komm ernsthaft ja das war viel zu kurz die runde noch mal ein das level andere level finde ich viel besser noch eine rundechen war lustiger ne ja ja wie gesagt aber viel zu kurz gerade ja genau da ist dieses hell wieder das eindeutig mein lieblingslevel da komme ich weiter dann gleich eine runde paintball machen die ich auch interessant fand paintball ja steht immer da bei map skylanders oder skylands und für hell steht da steht irgendwie dritte zeilen also ich bin mal noch mal runter nein wir kommen wir springen wo bist du online wissen auch kommen wir springt zusammen schnell wir haben noch paar sekündchen wo bist du da richtung haus richtung haus richtung fluss haus schnell komm schnell 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 komm hier vorne ist ein zentos aber glitscht unten irgendwie so ein ender dach herum ja das ist normal es wurde extra so gemacht okay kann aber eine neue version sein nein nein bam okay 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 der macht irgendwelche scheiß mit dem tnt alter ich ich muss einfach warten bis die spieler nein 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 bist du abgestürzt ja weil ich nichts mehr gesehen habe wow ich halte das auch wenn ich einen vollen weg rein komm zentos du schaffst das du schaffst das scheiße fuck der drache kommt gleich ne ne der hat noch ein stückchen bei dich bei dich bei dich bei dich bei dich bei dich wo komm ich denn da hoch jetzt nur die eine seite nur die eine seite bei dich der kommt ok du stirbst ok du stirbst ich sterb tschüss 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 ah 5 ne 6 da bin ich aah lief doch noch gut so noch eine runde flamet ball flamet ball ja super paintball immer machen immer machen